So und damit herzlich willkommen zur weiteren Folge von Uno mit dem Philipp und dem Felix. Hä, nimmst du jetzt auch auf oder was? Nimmst du jetzt auf? Nö, ich tu nur so. Hey, warum war denn hier austeilen? Da, hier, Deal. Ja. Hammer. Ja, ich brauche noch in der Vorlage. Ja, die da. Ja. Find ich gut. Jawoll. Ja. Felix, mach jetzt nichts Weißes. Hahahaha. Achtung ziehen. Wer auch austeilt, muss auch einteilen können. Oder? Genießen Sie sowieso? Wer austeilt, muss er einstecken können. Patrick, das ist nicht lustig. Keiner lacht, keiner lacht. Merk, du bist nicht dran. Hast du schon hier gezogen, nee, weil durch Abwesenheit hast du das eben bekommen. Ich bin dran. Ich kann nicht. Ich hätte eh nicht gekonnt. Patrick, ey, Quatsch. Eisirot. Ich kann immer noch nicht. Warum geht das weiß ich aber dann weg? Was ist denn das für ein Müll? Weil ich das wegradieren muss. Wer ist denn dran? Du. Immer da, dass du duf fragst. Nee, du. Hm, das stimmt. Hm. Was ist denn das jetzt? Tja, da könnt ihr meine Karten nicht einsehen, hier. Wie viel ich noch auf der Hand habe? Werden die acht gelegt? Ich. Wie weiß ich, Frau bedenkt mich total ab. Ja, Mann. Ist das ein Sechse, oder? Soll ich die wegmachen? Sechs, Sechs, Baby. Oh. Was machst du jetzt hier? Legst du jetzt vielleicht mal, Z-Trick? Z-Trick. Das heißt, es ist immer wieder ein... Viel Spaß. Du hast Sechs. Du hast Sechs. Ich krieg jetzt nicht wieder weg. T-Trick. Ich bin dran. Oh, da war aber ganz kurz. Bin ich schon wieder? Ja. Ah, dann mach. Komm doch mal die. dass Garten-Mädchen nicht. Ähm. Frau, bib. Also ich hab so viele Karten-Männchen, das ist sowieso schwierig. Doch dementsprechend, die sie schon zeigen. Alles für den, wahr? Alter, los. Was ist für du? Wer ist denn dran? Du! Du musst zwei ziehen! Ich hab doch schon zwei gezogen, Pfeife! Und danach hat der Philipp gesagt, ich kann nicht, also ist der Cedric dran. Und Cedric hat jetzt eine genommen, also kann er wahrscheinlich auch nicht ziehen. Das ist meine Schlussfolgerung und so. Mensch, konzentration please, ich kann nicht. Ne, mit dem Weiß ist das scheiße immer noch. Ich kann mir gar nicht so wegratieren. Philipp, kann man vielleicht mal seinen Kot in Ordnung hinlegen? Das stimmt. Philipp erlegt das. Ich? Ja. Du musst ja auch irgendwelches Zeug bekortieren. Philipp. Kann ich. Kann ich. Aber weißt du, was jetzt scheiße ist grad, Cedric? Wir können gar nicht sehen, ob du die Udo sagen musst. Ja. Das stimmt. Das blöde ist, ich weiß nicht, wie ich das wegkriege. Ah, ne, das bleibt für die Dummheit nicht klar noch meine Korrektion. Ne, ohne Scheiß. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, ne, die, die weg hier. Warte mal. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Äh. Könnte ich Udo sagen. Hm. Mö. Und die Karte gefällt mir. Ja, jetzt seh ich wieder deine zwei Karten. Jetzt hab ich sie grad gesehen. Jetzt hab ich sie grad gesehen. Siehst du sie immer noch? Jetzt ne mehr. Jetzt seh ich einen komplett dunklen Block. Und jetzt so? Jö. Hab sie grad mal ganz kurz gesehen. So. Jetzt ist sie auch noch dunkler. Ha, für Heimatler. Ich seh sie jetzt noch nicht mehr. Jetzt? Jetzt sich den Namen. So. Jetzt seh ich die Karten. Jetzt seh ich zwei Karten. Okay. Wer ist denn dran? Was ist denn? Ich hab glaube ich ihn gezogen irgendwann mal. Ja. Welche Richtung ging's denn eigentlich? Deine? Gegen Uhrzeigersinn immer noch. Gegen Uhrzeigersinn? Ich hab die drei gelegt. Oder? Also Cedric wär jetzt dran. Du könntest deine Karte wieder ziehen. Ne, ich hab grad gemischt. Okay. Philipp ist dran. Ne, wenn's gegen Uhrzeigersinn geht. Ja, dann ist Felix jetzt dran noch. Also. Mädels. Was? Na? Ganz ruhig. Jetzt machen wir ein bisschen oben irgendwo rein. Äh. Ich bin dran. Hä? Philipp hat grad einen Mist gebaut. Warum? Ne, lol. Mein Mädel hat die scheiß Kotte festgehalten. Du kannst jetzt deinen drehen. Okay. Okay. Ich hab seltsamerweise die Kotte festgehalten gehabt. Ich war grad brainfucked. Fick dich doch mal, Philipp. Ich bin doch nicht scheiß. Buno. 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 Es ist neun. Ja. Kann ich auch nicht. Ich auch nicht. Achso. Also. Tja, bist du denn da dran jetzt? Kann ich nicht. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Weiß wieder hew ich das Karten sehen, bis jemand kann. Hey Leute. Hew ich das Karten sehen? Ne, ich wünsch mir das Rot. Eieieieieie. Du wünschst dir Rot? Ja. Dann kann das jetzt gleich mal zeigen, was der so einen roten Karten hat. Ja, und du auch. Sehr gut. Ja, bin ich dabei. Ja, das schön. Habe ich flimmt. Uno. Felix will bestimmt reagieren, dass Philipp eine Karte bekommt. Hoffentlich hat er jetzt kein Blau. Okay. Keiner Blau einfach. Na, außer ich noch. Simba, keiner Blau hat. Ich wünsch mir Gelb. Uno. Oh scheiße. Hat er jetzt wirklich Gelb? Das ist hier die Frage. Unu, 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 Unu. Ne, du bist aber dran. Du bist immer dran. Du bist noch mal dran, also? Ne. Ne. Ich bin nicht mit. Mit der? Ne. Ich bin auch nicht. Ne. 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 Ja, die geht. Ich wünsch mir blau. Wünsch dir blau? Hast du eigentlich... Weil ich sprach bloß, weil das heute nicht die... Eigentlich schon. Ich weiß es nicht, weil die war halt schwarz, aber wenn du dir blau wünschst... Ja, wenn du eben da kontern kannst, dann kannst du die drauflegen. Das ist korrekt. Okay, da hat Felix gewonnen. Ja, ich hab leider nicht gewonnen, aber ich bin Zweiter. Also Zweiter, ja. War doch schön. Oh, ne. Vor allem für drei geschnippt. Ist ja lustig. Warum soll ich mit den Kappeln? Ist ja voll lustig. Ui! Oh scheiße, die war wichtig. Ja, äh... Das ist ja so, ich wuchs beim Fuß. Ich glaub ja, du dürrst ja mal anderen Kappeln. Hast du ihr zum Patienten geschmchutz? Das ist schon so. Du hast einen Armee-Zegen oft ger braces. Hast du einen Innovationen, bitte? Du bist irgendwie ausgeworBretter? Wir putzen in der Zeit. Hier, jetzt haben wir mal den Tisch her und du geh packen. Find ich gut. Einsame Spitze. Hier, mach mal wieder den Tisch her, bitte. Aber hier oben steht die Regel, wie Gune funktioniert. Ja, ist doch egal. Wir wissen doch, wie es geht.